da ich komme auf dich zu kann es ja auch die kasse ist wieder eine neue methode um geld auszugeben den neuen gleiter kaufen platin und treten des kampfpreis von die bilder sind alle an das musik im hintergrund überall noch inseln ganz oben rechts ja ich komme jetzt gar nicht der hohe aber ich habe hier so eine truhe gefunden wo bist du denn ich weiß gar nicht wo du bist du guck in der luft mal so eine insel die ein bisschen abseits genau da bin ich bin auch so ein sprungfeld gegangen dann bin ich auf diese eine insel da vor anderen seiten gegangen hatte ich komme allein spricht die ganze zeit habe ich jetzt sich dein namen da oben irgendwie landen antrieb verloren hat sich mit dir geflogen bin er hatte ich komme mit voll tief runter mit dem fliegen dann brauche ich noch ein bisschen übung ja gut habe ich gestern du hast 347 patrouillenschlüssel was zehn patrouillenschlüssel ich habe 347 ja habe ich dann ist bei mir extra naja punkten goldner zellenkern kampf verdienste ich habe ich krieg nur ein bronzen in zelle gern und soll kommen wir fliegen da hinten in daniel hier so schnell wie der mond so irgendwie verbesserte gleiter schon ja ich habe das verlauf gebessert hat sich ja ich ja weil es sind da ich gehe mal ein über die band darauf dann andere antreffer ans andere verbleibende zeiten aber wir müssen den zeit besiegen ja da wird ein bisschen knapp wir sind fünf wir sind sechs leute hier ja da steht dann skaliert auf 6 mal der hat schon jetzt verloren ich weiß nicht ob wir das noch schaffen da ist manchmal eine minute rum aber ich nehme so an fahrten bist du total nein das hat einer gestorben der bm hat um wirklich stark für diese der lege den bm und haben wir schon für fälliges alter haben da bekommen ganz viele teile von dem p was ist das der würfel von x ich weiß nicht wie das ding heißt goldener zellenkern schwerfälliger plan sehen später elementare schwanzwurzel elementare wutschwanz und eine menge schwänze also ich jetzt return to grams geht ja manchmal ich versuche mal mit dem waffen resetten und dich nehme ich mich schnarche ich bin damit schon mal die treppe rauf und runter jetzt durch die büsche so schleichen wir uns an unsere beute so wie die löwen in der savanne das ist ja schon wieder perfektes material dann hier ist weg wird aber das sieht einladen aus ich bin noch am ladewälder hier ist alles haben brennen oder sich schon schraut darauf habe ich gar keinen bock obwohl die kämpfen da schon gegen den absterben wir sind auch hier wir sind die helden ich mache 17 jahre auf gott ich bin tot das habe ich bald abgefasst da am frecken hier ich bin schon wieder tot war okay ja das macht eine menge starten der ganze stadt adrek der klone selber war er hat mich geklärt er gibt und er hat die todes probier gelegt hatte ich komme gleich ich habe die kugel nicht ja der war gut dann effekt okay er hat den bus geklärt jetzt punkte bekommen irgendwie ja habe ich 265 von 350 naja lieber gegen schwächere kämpfen ich habe einen schlag 265 ja aber wenn man darüber nachdenken wie viel einfacher die kämpfe machen ja das stimmt wenn man lieber gegen die schwächere kämpfen für gar nicht wissen wie diese gefährlichen beemots dann drauf sind er hat diese beschwerden oder der hier er ist sogar 20 sport war gerade allerdings ja gerne wie in der simulation darf nicht nur nicht kürzen lassen ja alles kann die umbrechen oder hier geht gerade über mich selbst ehrlich gesagt auch war genau das meine ich auch 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 aber ich kann es nicht ich glaube ich konnte nicht mehr rollen ich glaube ich glaube wir sollten hier raus da habe ich jetzt ja auch da ist eine andere typ der gerade hier war der richter und das thema ja reingang ich bin es abgaben das würde ich auch so sagen ich gebe uns einen vorsprung ich habe ihn beteiligt wenn die höhle kopfgeklagd abgeschlossen wird mit dem schwanz zwischen den beiden becken jetzt rift stalker das ist auch nicht besser schlimmer ja wir sind auch da fliegt dann so runtergefallen ja ich habe ihn geguckt ich laufe das noch ein leiter jetzt er wird bringen wir ja denn wenn ich da abstürzer kann ich gar nur noch gegen die wand fliegen das ist kein beschissener helikopter pustern feind ein kleider doch ich bin ein roboter ich atme nicht ich sterbe ich komme zurück mit waffen ich habe eine truhe weiß hat denn das ist ein vollmond ich konnte das dicke dinge untersuchen ja ich habe und jetzt eine truhe oder ist ja cool das ist die sind jetzt anscheinend nicht mehr in der stadt sondern überall anders toll zum ja dass die ziege das ist die schon immer da jetzt kommt der ein gegen ding sogar was irgendwann macht das wie ich da unten da ja wo bist du ich bin abgestürzt ja ich beobachte hat nur von hier oben danke auch gott nein nein wer das vor der ich weiß ich habe auch ich habe erblickt dass wir hoch wieso wirst du jetzt hinter mir durch stopp verlassen die war der art hier return to roms geht nimmt eine gruppe mit ich habe nicht mehr genug öl für uns beide zu beleidigt weil ihr erlasst sich ja dann schafft man der ist auf sich der eskaliert auf zwei leute ich war ich jetzt gerade auf den rennen von renn weg ich renne ja das ist gemeint ja klar ja ich war später turm und ist seit ich weiß das würde ich das wissen ja man hat hier er nubs kommt auch mal ja kommen sie dich den ausgebuddelt gewährt von mir will fast mich an die soviel es ist da pflanzen wachsen ach so der ja jetzt hat im mode okay oder sei ja wir haben ganze 11 minuten der starke ist halt um eine angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen wo seid ihr schnell abschießen ja ich tue auch die ganze zeit unsere ich tue auch die ganze zeit unsere tier ich kann auch die geschwindigkeit von uns erhöhen vom ganzen team ich weiß nicht ob wir das rechtzeitig schaffen wir haben bei dem einen schon so lange gebraucht ach jetzt schon oh mein gott ich verliere den überblick ich habe mich gerade mit meinem rufstoß gerettet mein gott ich bewege mich richtig schnell ich komme gar nicht gleich also ich fliege mich voll weit weg gehen mit meinem rufstoß oh gott schließlich schnell ich muss doch noch ein bisschen schneller machen für alle ja wie vor allem wie ich ja ging ein kämpfer und ihr kämpfte alle gegen das andere vier was schon war der schon wieder aufgetaucht was jetzt in der 22 nein es wird so viele stacheln vom himmel regnen das wird so was von unsozial eh du kommst nicht an mir vorbei ein kürbis versperrt mir den weg was mach ich jetzt oh scheiße Mist was da kommt einer nicht so schnell was 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 ist das denn jetzt oh nein was ist das was ist das war das galopp oder was ja die hat geholt oder was ich war nicht mal auf meinem ding ist irgendwann ich glaube nicht geht weil ich hab das nicht geht oder was ich glaube ich jedenfalls nicht es ist schon wieder quäscher der den 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 der den 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 die den aber ich komm näher da war geil bin ich jetzt zum teufel hatte ich wohl dich jetzt hast du meine flöte unterbrochen ich versinke hier dann da jetzt fall ich wieder unendlich wo bin ich bei dir gerade ich sehe ich überhaupt nicht ich bin in meinem sandloch jetzt bin ich wieder weil es dass er bei mir ist jetzt ein kreis auf ich habe diesen kreis bei mir auf dem bildschirm geil ja ich habe versucht mein gleiter gerade irgendwie zu aktivieren jetzt habe ich hier die ganze zeit im kreis ich ziel damit auch nicht das feuer geht nicht jetzt weg verdammt ich gehe gar nicht mehr weg ich habe gerade ein menü geöffnet ist immer nach dem sie sich an mein kreis jetzt bin ich am gleiten es geht er glaube ich weg danach ja schade wir sind da ganz schade mein gott wieder raus die idee musste immer auf deinen schatten ich habe gedacht du hübsst dann so auf mir wenn ich springe oder dass wir was krass ist ja scheiße ich brenne nach hinten nein hinlegen und rollen hinlegen und reichen nein ich brenne während ich mit meinem gleiter oder truhe geil der hat auch nicht geschossen ich habe gar nichts gesehen hier ist der tool zum aufheitern ich habe nur gesehen auch immer wo ich zurückgeschleudert ich komme nicht weiter nicht schafft das was ist das ja ah was soll das denn jetzt willst du ihm deine flagge zeigen aber der hat mich aus meinem loch geholt ja du bist tot ja scheiße hm na und wo fliegst du jetzt nein hochziehen hochziehen ich kann nicht warte warte okay ja okay na wie geht es auch im stein drin ja wie sehen wir wo wir in diese situation kommen ne habe ich recht habe ich recht na ha ha sind wir monster ja sich irgendwas für karte wo bin ich denn hier zu hoch gekommen ich bin hier gleich nicht mehr gleich nicht mehr ähm ähm ich wollte schon sagen ich mach den sky war wenn man muss damit man das in dem weg des leeres der freischalt kann muss man seine waffe mehrmals was geschmied ja ja er macht er denn nicht ja oder macht halt können sie dazu überladen ehrlich gesagt er hat wieder wie ich das wird ja beim zweiten überladen mit zwar noch stärker am ende level sie aufs maximum hoch dann level sie wieder damit die wieder auf 1 resettet und sie wieder hochleveln beim jeden mal wird hier ein stärker nachdem ihr überladen das verstehe ich doch jedenfalls ja okay dann wie du bist die überlegen der intelligenz was zwei falsche doch ich habe zwei geklaute dr kittel ich meine dunkle materie ja irgendwie schon das hat weh getan dann ist das einzige der das halbwegs überstanden hat nein daniel nein warum tue ich den hier wieder beleben natürlich mit dem ja daniel du hörst nur mir du willst nicht ja dann wieder kommen mittendrin höre ich einfach auf boah hey warum liegt der denn hier immer noch eh hm ich fühle mich hier wie ne krankenschwester ich hab ich hier drei pister wieder leben oh gott der hat was für mich ja da ist dann mal was das waren explosive kugeln des todes einfach die kam direkt von hinten ja ich hab's gesehen ich hab die ersten kugeln ausgewichen dann hinter aus dem nichts kam auf einmal noch mehr ich bin gerade erst aufgestanden leute ja ich hatte doch noch gar nicht meinen kaffee ich bin doch da fliegt los gehen weil ich habe eine schattenwaffe ich habe eine neutrale wir verlieren immer mehr die dann machen wir halten die mehr aus und machen noch mehr schaden beide wütend geworden ich wollte gerade meine bomben aktivieren das geht hier echt heftig du auch verbleibende zeit zehn sekunden sehe ich gerade wenn wir einen teil war ein aber besiegt kannst du mich hin überhaupt wieder wem wenn wir in gefahren ja ich kann nicht trotzdem wieder leben jetzt abgehauen habe ich gesehen aber der würfel ist da gehört eine fähig nämlich ein jetzt steckt dann die schätze weg prospect panga es läuft die einen der wo ist er hingegangen einfach so in den boden reingebohrt und ist irgendwie runtergefallen irgendwann ich bin schwer enttäuscht worden und immer seine frau ist vielleicht war nicht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020